Ich habe Android 13 hier auf meinem Pixel 4a installiert, und zwar die aller allererste Version, die Developer Preview 1. In diesem Video zeige ich euch nicht nur die neuen Funktionen von Android 13, sondern auch welche Fehler da bislang noch drinstecken. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Inter… Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei… Dieses Video wird gesponsert von OnlyOffice. Yo, OnlyOffice ist nicht nur ein Open-Source-Office-Paket mit schicker Oberfläche, sondern obendrein noch eine Plattform für Dokumenten und Projektmanagement. 7 Millionen Menschen benutzen weltweit schon diese Software aus Europa. Wenn ihr in einem Team arbeitet, das viel mit Papierkram und standardisierten Prozessen zu tun hat, schaut euch das ruhig mal an. In OnlyOffice 7.0 gibt es jetzt auch mit Forms eine neue Funktion, mit der man ausfüllbare Formularvorlagen erstellen kann, die sich frei anpassen und gemeinsam im Team bearbeiten lassen. OnlyOffice ist komplett an die DSGVO-Vorgaben angepasst und arbeitet mit der offenen Cloud-Plattform Nextcloud zusammen. Werbung Ende Falls ihr euch jetzt wundern solltet, hä, Android 13? Ich hab doch noch nicht mal Android 12. Ja, ich weiß, ihr seid nicht die einzigen, also ganz und gar nicht die einzigen. Hier ist die aktuellste Statistik von Google, welche Android-Version auf wie vielen Geräten installiert ist. Ja, und was soll ich sagen, die Zahlen sind peinlich. Über ein Viertel der Geräte läuft mit Android 9 oder älter, also einem Betriebssystem, was im Sommer 2018 veröffentlicht wurde. Android 11, also das von 2020, kommt auf 24,3% und Android 12 ist noch gar nicht mit drin, obwohl das zum Zeitpunkt der Erfassung schon auf Pixel-Smartphones ausgeliefert wurde. Früher hat Google diese Zahlen mal monatlich veröffentlicht, das machen sie aber nicht mehr. Vermutlich ist es ihnen einfach ein bisschen unangenehm. Ich hab mal die Kollegen bei Heise Online gefragt, die können dort ja die sogenannten User-Agents sehen, also quasi die Begrüßungsnachrichten, die jeder Browser an Webserver schickt. Und da steht auch die Betriebssystem-Version drin. Ja, und da läuft mit Abstand am häufigsten das Android vom vorletzten Jahr, also Android 11. Android 12 liegt bei Heise.de aber zumindest vor Android 10 und älter. Ja gut, bei Heise.de ist natürlich auch das Publikum technikaffiner. Es ist aber auf jeden Fall klar, diese sogenannte Fragmentierung ist nach wie vor ein Problem von Google. Während bei Apples iOS einfach alle Geräte, die jünger sind als 4-7 Jahre, sofort die Updates bekommen, ist man bei Google auf die Hersteller angewiesen. Ja, und die hatten in der Vergangenheit immer eher ein Interesse daran, neue Geräte zu verkaufen, als sich um die Updates zu kümmern. Ganz langsam wird das besser, viele Hersteller versprechen jetzt zumindest vorab, wie viele Jahre sie Updates bereitstellen. Und, was Google auch macht, sie koppeln Kernelemente vom Betriebssystem ab, sodass sie diese einfach über den Play Store updaten können. Unabhängig von der Betriebssystem-Version. Das heißt, wenn man ein Handy von einem unzuverlässigen Hersteller hat, der sich nicht um Updates kümmert, dann bekommt man einige Sachen trotzdem direkt von Google aktualisiert. Project Mainline nennt sich das. Aber genug Theoriegelaber, was kann es denn jetzt so, dieses Android 13? Um diese Frage zu beantworten, habe ich die Developer Preview 1 auf einem Pixel 4a installiert. Danach kommt noch die Developer Preview 2 und voraussichtlich drei Beta-Versionen bis zur finalen Version im Spätsommer 2022. Wir sind also noch sehr früh dran. Ich würde deshalb auch absolut davon abraten, die Version auf einem normal genutzten Smartphone zu installieren. Dafür ist das alles noch zu instabil. Und ganz wichtig, es können auch Funktionen, die in den Vorab-Versionen drin sind, zur finalen Version wieder entfernt werden. Wie ich die Developer Preview 1 von Android 13 aufs Handy bekommen habe? Anders als bei den Beta-Versionen reicht es nicht, sich bei Google fürs Beta-Programm anzumelden und dann kommen die Dinger einfacher als Updates over the Air. Nein, man muss das Telefon komplett zurücksetzen und das Image manuell über ein USB-Kabel aufspielen. Seit einiger Zeit geht das allerdings ohne Kommandozeilen, Tools oder ähnliches. Man kann das einfach im Browser machen, auf flash.android.com gehen und los geht's dank der Web-USB-Technik in Chrome und Edge. Das ist tatsächlich recht elegant. So, aber nun, was gibt's denn nun Neues bei Android 13? Ich stelle hier mal sechs Sachen vor und ordne die grob nach ihrer Wichtigkeit. Nummer 1. Fotofreigabe absichern. Wirklich eine wichtige Funktion. Man kann jetzt endlich Apps nur einzelne Fotos freigeben. Bislang gab es nur an und aus, also entweder alle Fotos freigeben oder gar keine. Und ja, das ist irgendwie nicht so toll, vielleicht nicht so vertrauenswürdigen Apps die komplette Fotobibliothek zu öffnen. Die Möglichkeit, die Fotofreigabe zu beschränken, will Google übrigens auch auf die Android-Versionen 11 und 12 pushen. Ich hatte ja gerade schon von Project Mainline erzählt, dass Funktionen abkoppelt und über den Play Store verteilt. Apples iOS hat die Funktionen übrigens seit Version 14, also seit vorletztem Jahr. Nummer 2. Bluetooth LE Audio und Ultra-Breitband-Unterstützung Das sieht man noch nicht, aber das kommt. Ebenfalls als über den Play Store installierbare Mainline-Module bringt Google mit Android 13 die Unterstützung von Bluetooth LE Audio und Ultra-Wideband. Für Bluetooth Low Energy Audio gibt es zwar noch so gut wie keine Hardware, aber langfristig wird das ganz cool. Damit kann man nämlich nicht nur stromsparendere Kopfhörer bauen, sondern auch die Latenz verringern. Ultra-Wideband bzw. UWB ist eine Funktechnik, die vor allem zur Positionsbestimmung eingesetzt werden kann. Die Apple-Konkurrenz benutzt das schon länger, zum Beispiel für die AirTags Findeanhänger. Nummer 3. Monochrome Icons Android 12 hatte ja die umfangreichste Designüberarbeitung seit Android 5 dabei. Es ist also klar, dass Android 13 nicht schon wieder alles umwirft. Kurz mal am Rande, weil ich gerade Apple gelobt habe. Beim Design könnte iOS langsam auch mal ein bisschen Modernisierung vertragen. Ich persönlich finde Android seit Version 12 optisch fortschrittlicher als iOS. So, aber das nur am Rande und zurück zu den Designveränderungen bei Android 13. So gibt es nun sogenannte Themed-App-Icons. Das sind monochrome App-Icon-Versionen, die sich an die gewählten Systemfarben anpassen. Dadurch kann man einen sehr reduzierten Look hinbekommen und das Aussehen sehr stark an den eigenen Geschmack anpassen, weil die App-Icons visuell in den Hintergrund treten und der Hintergrund mehr in den Vordergrund tritt. Bislang habe ich allerdings noch nicht viele Nicht-Google-Apps gefunden, die diese Icons mitbringen, obwohl die Funktion auch schon in den Beta-Versionen von Android 12 enthalten war, vermutlich um Entwickler zu motivieren. Aber es waren am Ende wohl zu wenig, sodass die Funktion aus der finalen Android-12-Version wieder rausgenommen wurde. Nummer 4, mehrere App-Sprachversionen. Hier kann ich ehrlich gesagt nicht gut einschätzen, ob das hier eine totale Spezialisten-Spezialfunktion ist, aber ich habe mich auf alle Fälle schon manchmal über ihr Nicht-Vorhandensein aufgeregt. Man kann in Zukunft für einzelne Apps die Sprache einstellen. Also dass die App zum Beispiel auf Englisch läuft, obwohl die Systemsprache Deutsch ist. Das hätte ich zum Beispiel schon bei Spielen manchmal gerne gehabt, wenn mir die deutschen Sprecher nicht gefallen hat. Bislang war es so, dass sich die meisten Apps an die Systemsprache angepasst haben. Es gab zwar schon einige Apps, die eine eigene Spracheinstellfunktion hatten, das waren aber eher wenige. Was jetzt allerdings noch schön wäre, wenn die News im ganz linken Homescreen mehrere Sprachen unterstützen würden. Ich würde zum Beispiel gerne Android mit Deutsch als Systemsprache nutzen, aber in dieser sogenannten Discover-Ansicht ganz links auch englischsprachige Artikel finden. Da geht zurzeit nur ein Entweder-Oder, beziehungsweise man muss manuell die Google-News-App starten, damit klappen dann zwei Sprachen. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen weird, oder Google, dass es zwei Apps gibt, die eigentlich genau das gleiche machen, nämlich personalisierte News-Anzeigen? Nummer 5, QR-Code-Kachel und Einhand-Modus Es gibt in Android 13 ein paar neue Schnellstart-Kacheln, die wohl sinnvollste ist die für QR-Codes. Die Erkennung davon klappt zwar auch einfach über die Kamera-App, aber manchmal ist das doch fummelig, wenn der Code nicht auf Anhieb erkannt wird. Hier in der Developer-Preview gibt es schon das Icon, aber dahinter verbirgt sich noch nichts. Ebenfalls neu ist die Schnellstart-Kachel für den Einhand-Modus. Den gab's vorher auch schon, aber bislang musste man den im Einstellungsmenü einschalten, jetzt geht's per Schnellstart-Leiste. Der Einhand-Modus schiebt alles ein bisschen nach unten, wenn man hier unten kurz wischt, das ist ganz praktisch. Außerdem munkelt man, dass man künftig wie bei iOS die Intensität der Taschenlampe einstellen können wird. Das ist aber bislang noch nicht offiziell bestätigt. Nummer 6, Klein-Kram. Bisschen Klein-Zeugs haben wir ebenfalls noch entdeckt, der in der finalen Android-12-Version nicht drin ist. So gibt es zum Beispiel eine Schnellauswahl mit den letzten vier Hintergründen, wenn man länger auf den Homescreen drückt. Außerdem sieht der Sicherheitsdialog in den Einstellungen anders aus, er hat nämlich jetzt die Sicherheitsempfehlungen integriert, die man bisher lediglich im Google-Account gefunden hat. Und die Medienplayer-Schaltfläche in den Benachrichtigungen hat jetzt mehr Funktionen, wenn das die App unterstützt. Hier zum Beispiel bei der Podcast-App Pocket Cast, links Android 13, rechts Android 12, hier kann man nun die Abspielgeschwindigkeit verändern. Yeah. Übrigens sehr schade, das beliebte Easter Egg, das sich seit ewigen Zeiten hinter ein paar Tippern auf die Android-Version in den Systemeinstellungen verbirgt, ist bei der Android 13 Developer Preview 1 noch das alte von Android 12. Schade. Was aber kurios ist, während Google bei den vorherigen Android-Versionen den Süßspeisen Codenamen nicht mehr so prominent genannt hat, findet sich bei der Developer Preview nur der Codename bei der Versionsangabe. Da steht einfach nur Tiramisu. Fazit und was fehlt. Also das Android ist jetzt erlaubt, Apps nur einzelne Fotos statt die komplette Bibliothek freizugeben ist nicht nur sinnvoll, sondern irgendwie längst überfällig. Was allerdings leider immer noch nicht behoben ist, ist die ziemlich quatschige Idee, Mobil-Internet und WLAN hinter einer einzelnen Schnellstart-Kachel zu platzieren. Dabei schaltet zumindest ich sehr häufig nur eins von beiden aus und muss dann aber immer mehrfach tippen. Ansonsten finde ich die Detailverbesserungen ganz sinnvoll, wie zum Beispiel die Pro-App-Spracheinstellung und die QR-Code-Schnellstart-Kachel. Ein ästhetisch interessantes Feature sind die monochromen App-Icons. Da kann man sich wirklich so einen sehr individuellen Look basteln, wenn denn alle App-Entwickler künftig auch so Icons liefern. Denn schon ein einziges normales buntes Icon zerstört ja leider den Gesamteindruck. Aber eigentlich am interessantesten, dass viele der wichtigsten Features nicht mehr fest in Android eingebacken sind, sondern über den Play Store aktualisiert werden. Also so Sachen wie die begrenzte Fotofreigabe und Bluetooth-LED-Audio. Und auch wenn die Android-Update-Situation noch lange nicht perfekt ist, es geht zumindest in die richtige Richtung. Tschüss.